Ladies and Gentlemen, 6 PM Festival. Ich bin mit Elias, mit Zayden, ich bin mit Liban. Ich bin ein Tänzer von Lunatics. Also genießen, genießen, genießen. Wir springen Wasser und eine Weinflasche. Ich habe hier die schönste Frau auf dem ganzen Festival. Diese Frau ist Marie. Mit der ganzen Lunatics Group. Die Flasche, jetzt geht's rein. Ich fühle mich viel zu lange warten. Ich habe leider meine Insta360 Kamera irgendwo zu Hause vergessen. Oder verloren. Ich habe die auf jeden Fall nicht gefunden. Wie geil ist das? Bruder, diese Jacke? Diese Jacke? In die Schreif. Die Zayden sind so hübsche Frauen. Alle haben Zay hier, aber wirklich. Rauslandslos, jeder hat Zayden. Geil. Musik in O aus dem TV, O. Ader das auf von der Submarine. Maladinha. 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 Du hast kein Alkohol drin. Dann will ich auch gar nicht. Dann will ich dich nicht. Nein, da soll Alkohol drin sein. Aber da ist nix drin. Zweimal G. Aber selbes Outfit. Der ist der Freund. Guck, wie du gleich stehen! Der macht die Kunden fröhlich. Ich treffe einen Kunden, der ist überflüssig. Das ist CBD! Der Uhrenklaut! Nur ein Kindes, viele bunte Facts. Was für Stoffen wie bei Tönes. Yubi! Ja! Ey! Ey! Erklär mal deinen Fit erstmal. Ich bin nicht von CityDM, ich bin von Cortez. Deine Jacke! Hey! Ey! Levor hat schon wieder meinen KT am Mann gefunden. Hey, hey, hey! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja. Das war's für heute. 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 Ja. Das war's für heute. Ja. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.